ja hallo und einen wunderschönen guten morgen sam thrice ist mal wieder schon am start heute mit einem kleinen free shoppen challenge und zwar zehn minuten brauchen wir für zwei burger und zwei gravensteiner wir müssen ein bisschen was kraft tanken denn jetzt gleich muss ich mal eben ganz kurz weg und wirklich etliche flaschen wie ich hinweg bringen so was hat die welt noch nicht gesehen das möchte ich am besten so schnell wie möglich hinter mich bringen und ja dürften ungefähr 150 flaschen sein in etwa naja scheiß drauf im angebot haben wir jetzt hier auf jeden fall ein bisschen cheeseburger brötchen und hamburger brötchen und zwei gravensteiner 5.4 alcoholic experience bierchen am start und meine uhr haben wir jetzt hier auch ich habe leider ein bisschen aufgeräumt hier deswegen weiß ich jetzt nicht wie ich die uhr hier hinstellen soll aber das kriegen wir schon irgendwie hin tue ich erstmal hier dran machen wir dann gleich auf und so könnt ihr wenigstens ein bisschen was die zeit sehen im hintergrund gibt es ein bisschen was wie heißt das spielklang oder sowas in der art heißt das da wird ein bisschen was von kommen und ja wir legen direkt los denn in einer halben stunde muss schon wieder weg und bis dahin wollte ich zumindest das video gerendert haben und hochgeladen wenn es geht und ja wir gucken einfach mal wie lange wir brauchen aber wie gesagt zehn minuten sollte es sein so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 9 Minuten 25 Sekunden, zwei Hamburger, zwei Bierchen, morgens früh. Ja, ich würde sagen, das war ein relativ gutes Frühstück. Und ja, das Zigarettchen noch nebenbei, darf natürlich nicht fehlen. Aber ja, ich würde sagen, wir haben das ganz gut hinbekommen. Wir, oder ich, werden jetzt gleich dann losmarschieren und das alles fertig machen. Der Laden macht um 9 Uhr auf und dann wollte ich eigentlich auch da sein. Deswegen schnell den Abspann jetzt machen hier, noch einmal ziehen ganz kurz. Wie gesagt, die Mucke ist auch über Podcast damals gekommen. Und ja, kann man sich immer mal ganz gut geben. Relativ gute Klappenmucke, würde ich mal sagen, so morgens früh. Und ja, heute Mittag natürlich nicht vergessen, die Nominierung der WM, des WMK. Das steht an, ich glaube um halb eins, wollte ich mir auf jeden Fall auch geben. Wenn ihr Bock habt, so zieht euch das auch rein. Könnte ein bisschen interessant werden, wer da mitkommt und wer nicht. Von Jogi Ljölf natürlich ausgesprochen. Wie sollte es auch anders sein? Ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt erstmal recht herzlich von euch. So, lasst mir einen Daumen da, falls es euch gefallen haben sollte. Oder abonniert mich, keine Folge von Zensweizen zu verpassen. Und schreibt was dazu, wenn ihr Bock habt. Wird mich auf jeden Fall freuen, etwas von euch zu hören. Ich bin erstmal wieder raus. Und ja, bis später mal. Peace.